Ja, der Mod ist einfach wunderbar Wird langsam, ne? Wird Jetzt noch ein paar Wassereimer den ganzen See füllen, Profi Was ich jetzt hier in Bewegung gebracht habe, hast du gesehen? Ja Zack Der absolute Burner Ich mach mir einfach noch ne Wasserquelle hier hin Weil ich einfach so mega klug bin Ist da unten eigentlich schon sowas wie ein Auffangbecken? Nein Ich mein, das können wir als Fluss weiterfließen lassen durch die Stadt Ja, genau Ich komm hier nicht mal raus, zu viel Strömung, oh mein Gott Jetzt kommt's Nee, aber nicht weit Platsch So Jetzt ist voll, ne? Ich kann das nicht sehen, Blaze, weil ich das echte Wasser hab Ja, jetzt ist voll Jetzt ist alles gleich Weckt Achtung, Strömung, Achtung, Achtung, Achtung Nee Das hab ich mir gedacht, machen wir mit den hübschen Steinen, die ich dabei hab Weißt du was ich mein? Nee Mit denen hier, mit den hübschen hier, die ich da hab So Und dass wir dann erst hier so ein Auffangbecken machen und da so ein kleiner Bach langfließen lassen Ein Bach, nicht so, guck mal was das für eine Auswasser hat, weißt du was ich mein? Ja, dann mach schon ein bisschen, mach schon erstmal zu oben Nee, warum, so dick runterfallen kann's ja Nein, dass wir bauen können Achso Ich mach hier auch grad zu Ach, das reicht doch Ooooooooder so Tschüss Wasser Flutsch Ich komm da überhaupt nicht mehr hoch Ich bin jetzt traurig So Machen wir dieses Erdending noch mal weg? Ja, ja, mach weg Zack, 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 zack Ähm, ich muss mich mal ganz kurz verabschieben, mein Telefon klingelt Ein Augenblick Ja Das Telefon klingelt Lalalala, la, hm 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 Wird er so dumm rumstehen, halt er bauen Ja, da bin ich wieder Sehr gut Mann, Mann, Mann So So, ähm Machen wir da, wo es runterfällt aus Erde und einfach kreuz und quer oder machen wir es auch schön mit den schönen Steinen Können wir Können wir Kreuz und quer machen, das sieht dann besser aus, oder? Ich glaube schon, ja Muss hier noch ein bisschen Erde rein, da Da muss auch noch ein bisschen Erde rein, so ein bisschen Tetris-like, weißt du? Oh, ich mach ne Tetris-wand da draus, ich schwörs dir Das Was? Mach das Ja Auch ein bisschen was von den schönen Steinen? Oder nur Erde und Stein? Erde und Stein, ja Okay Dann würde ich hier so Zwei von den schönen machen So, zack, und den Flust dann hier so drin laufen lassen Guck hier, das war ne Tetris-wand, hm? Ja Und wo machst du das Auffangbecken hin? Auffangbecken gibt's nicht, es läuft direkt hier rein, würde ich sagen Direkt da rein? Aber es geht ja nicht in der Breite weiter hier, oder? Achso, meinst du das? Die Erde da oben muss auch noch weg, gell? Ja Ja Schlaf's mal hoch Wuii Ja So, verdammt, muss doch aufgefüllt werden mit Erde da, oder? Schlecht, gell? So, verdammt, muss doch aufgefüllt werden mit Erde da, oder? Schlecht, gell? So, gell? Ja Ja Oh mein Gott, ich werde weggespült, ich werde sterben! So Ja Und dann sieht man auch die schöne Tetris-wand Kommt her zu mir Erde, kommt her! Ja Das ist doch cool! Das ist cool! Was hast du jetzt verändert? Noch einen steiler gemacht und müssen noch eins machen, sieht dann besser aus Wenn du da sagst Ja So, ja Ja Oh Fail Schön ist es Ja Müssen die ganzen Wände auch noch schön machen hier, gell? Das weißt du Schön machen? Ja Aus was schön? Ja Ja Ein Gravel Ist hier Ja? Ja Okay Alles Auch das, wo drauf hier die Burg steht? Ja Echt? Ja Nee, aber nicht aus dem Stein, sondern dann aus einfach nur gebrannten Stein Weißer Schwein Weißer Schwein? Hier aus dem Stein Wieso dann ja? Weil sonst sieht ja die Burg genauso aus wie alles andere Doch geil Doch geil Nein 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 Jetzt müssen wir den Fluss erstmal irgendwie machen Ja Ja erstmal müssen wir uns klar werden, wo soll der überhaupt lang fließen, weil das ist ja immer noch ein Fluss und kein Bach Ja erstmal hier bis hier hin und dann geht er zusammen irgendwie erstmal hier hin Ja genau Das hab ich ja gemeint Ich hab keinen Stein mehr, doch ich hab doch Steine Ja Und dann geht er klein weiter Ja Du 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 Willst du noch eins weiter vorne haben, oder was? Hä? Hast du aber jetzt grad irgendwas hier gemacht, oder? Nö 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 Doch das Ne Doch Nein Doch Hä? Ne Ok, alles gut Gib mir mal deinen Eimer, bitte Dankeschön Dummdi dummdi dumm So So Da ist Wasser Hier der Eimer Eimer liegt hinter dir, gell? Ja Was machst du jetzt? Das sah doch schön aus mit dem, dass das spitz zusammen geht Das sah so unförmig aus Ich find das sieht jetzt unförmig und backstein mäßig aus Nein Schön Das sieht aus wie ein Penis, wenn du von oben guckst, Mann Ja, ist geil Das mein ich ernst Können wir es so machen Penis Okay, damit bin ich noch ein verstanden Das war jetzt von innen Penis, aber ist auch egal Oh, irgendwie wär das, äh, könnten wir noch, fällt mir grad auf, Schneem ist sehr viel schneller weg machen Ja, mit Wasser Wasser Ähm Mach mal den Penis zu Mach mal den Penis zu Du hast das Wasser weg gemacht Du hast das Wasser weg gemacht Was? Dann nimmst du dir aus den Dann nimmst du dir aus den Unendlichen großen Penis Dann nimmst du dir aus den Unendlichen großen Penis hier weiß es was der von der Entstecke Und das der Vielen Dank.